... Scheiße! Das krasse ist, es kam aber irgendwie noch ne AK aus der anderen Richtung. Eine hänge neben mir irgendwo. Eine. Ich hab das beschissenste Zelt gefunden, das ich nutzen könnte. Gut, diesmal ist der Schütze nicht ganz so gut. Was mach ich denn jetzt hier? Die Position ist echt bescheiden. Oh, kacke. Das ist ja 10G live. Den werden wir ne Weile nicht hören, bis er den Feind geordnet hat. Wenn ich nochmal was provozieren soll, sag Bescheid, ne? Wenn dir das hilft. Das Problem ist, ich weiß nicht woher, ich glaub das war ne SKS das andere. Eins auf jeden Fall ne Winchester, das andere glaub ich SKS oder sowas in der Richtung. ... 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 Weil der, der dich jetzt looten wollte, der kam von mir aus, wenn ich zum Wald hoch gucke, links, und die Schüsse, die dich ja bestatten, meine ich, kam von rechts. Ich hoffe, ich habe meine neuen Kopf richtig auf. Alter. Meine Schüsse, von mir aus gesehen, von links kann mich keiner erschossen haben, da ist der Baum vor. Von da kann mich keiner sehen. Glaube ich nicht, dass von da einer kam. Schüsse kam von rechts. Auf jeden Fall konnte er dich nicht looten, da habe ich ihn von abgehalten. Hoffe ich. Aber ich bin nicht weiter. Ich werde es ja nachher in der Aufnahme hören, das kann natürlich sein, dass ich jetzt gerade ein Epik-Pferd hingelegt habe, mit dem Hörn. So, mach das sein. Bitte immer noch. Wollen, das Problem ist, ich liege an der Innenseite der Sandsackmauer, weißt du? Ich liege nicht mal im Zelt, sondern offen. Komplett offen. Und der Typ ist hier irgendwo auf dem Zeltplatz. Und ich habe nicht mehr viel Munition, das kommt noch oben drauf. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das suchst du einfach. Meinst du? Ach, wenn der, ja, weil der, ach Gott, ey, der wurde aber auch beschossen, der Typ. Ja, nein, das Risiko ist schon groß, dass da noch mehr rumlaufen, das ist logisch. Was das angeht, ist meine Position gar nicht so verkehrt. Dann warte doch mal einen Augenblick. Ich habe mir noch einen neuesten Schuss drin, ich müsste eigentlich nachladen. Ich hoffe, das geht kaum mit Logger oder so weit. Ich wäre das schon ganz lieb, wenn ich wenigstens die Mosin wiederkriege. Das wird wohl ein... Ich weiß ja, ach nee, das ist ja schon ein anderer Server, ne? Oh Gott, ich habe mir auch nicht gemerkt, wie der erste hieß. Beim anderen Server weiß ich, weil ich muss meine Fabriken... Der erste Server war... Der hat einen ganz komischen Namen gehabt. Naja, das war irgendwie relativ kurz der Name und irgendwie Buchstabenzahlen komisch. Das kriegen wir noch raus, davon jetzt mal ganz abgesehen. Scheiß Nest erwischt hier. Bitte? Dann habe ich aber wieder ein scheiß Nest erwischt. Boah, ist hier eine Riesenmecke. Okay, Epic Fehl, ich habe tatsächlich die Kopfhörerfeld schon aufgehört. Alles klar. Ja. Muss ich mir erst mal dran gewöhnen. Die neuen Sinnhäuser. Ja, sonst hast du immer ein Mikrofon dran, weißt du, durch das Headset und so. Da hat man sich dran gewöhnt. Ja, liebe Leute, habt ihr mal wieder einen kleinen Lacker. Epic Fehl. Dann kamen die Schüsse und die Bewegung aus der selben Richtung. Aber dann möchte ich mal trotzdem wissen, wer zusätzlich geschossen hat. Da muss ja noch jemand in der Tanne liegen. Asche ist draufgekommen. Oh nein. Da, da. Bei meinem Glück ist hier gar keiner mehr. Die schöne UMP, die liegt ja auch noch rum in deiner Leiche. Das ist ja das Gemeine. Der weiß, dass du da unten ja auch noch sitzt. Der wartet und der wartet, garantiert bist du da oben los. Wann mal gucken. Er wird nicht alleine gewesen sein, wenn du den anderen wirklich erwischt hast. Kann aber auch die Leiche von dem anderen sein, ne? Das ist ja das Ding. Wird er irgendwo rumfladern? Klingel автом Halt Klingel Vielen Dank.